da hinten guckte es euch an schon wieder so ein scheiß wie ich nahe ein bisschen weg da komme ich kriege noch ja jawohl wenn wir du bist schon wieder so ein brot zu bakura mann übrigens joa willkommen mein name ist an ihrer lp willkommen zurück zuletzt bei tels of cilia verdammt ich habe immer noch den controller angeschlossen das war geil ich muss noch vier drücken nachdem ich so eine linke umwundung machte und dann möchte ich auch mal aber zurück und aber viel geil kann so ganz einfach ausweichen haha war geil ich bin ja voll schul am meistern sagt es hat sich eine feste ich dachte was kommen wir da haha haha kann ich auch ja ich muss ihn natürlich hätten wegen als er wieder so ein bonze baku reis er hat gerade nachguckt dann kriegen wir geld geld ist immer gut im gegensatz zu anderen spielen ist ja auch nicht so schwer zu bekommen das war hier ein beispiel im kopf aber ich möchte es jetzt nicht wenn ich jetzt wüsste wo ich meine ich habe doch extra hier auf l1 im kreis kann ich überhaupt von dem clown ich kämpfe mit ihr guck mich gefällt an hat ja mein gericht überhaupt nicht so eine coole waffe so weiter level ab erstmal weil ich jetzt zieht es bei mir ein bisschen immer in die länge aber nur ein bisschen stunden so stärke geil hatten wir noch aus der kp ja ladung spricht eine art mit die abwehr ist eins zerschlagen geil gleich oft mit aufgeladenen schwert kämpfe wird auch sehr schön diese technik zu haben fp aber so damit du auch hier stärke plus 2 und stärke 2 umgekehrt hat man doch nicht ne wow ja kommen wir ja was soll es geht schon so was muss jetzt gehen wir schnell wieder in der heiligen trank ja wie auch immer die unterordnung war waren durch danke ich wünsche ich hätte ein besseres gericht genommen immer viel mehr erfahrungspunkte bekommen aber ich habe halt gehalt gericht genommen man ich dachte wir kriegen gar nicht weit wenn da passiert irgendwas ich habe irgendwo im hintergrund so leute um ihn gesehen man an kombo breaker überhaupt nicht schwach was du willst doch besser werden und die ganze zeit im hinteren was macht ihr in einem hintergrund ich will es gar nicht so jetzt war ja mama und ich habe gehört man nicht zu stark ich würde mal hier den controller anschließen weil naja geht der controller wirklich im kampf aus und dann fähig übel sind alles voll peinlich und ich mag es ja nicht wenn irgendwas peinlich ist und ich sehe schon dahinten ciao ja oh mein gott das sind alle vier ja genau hier ist agria das sind bei der mitte lassen uns nicht sehen habe ich gehört hat die eine ganze armee oder so erledigt haben und der schrank macht warum geht er zu denen hin warum macht ihr das so you've come maxwell mine it appears we must face each other on the battlefield after all what a sad end to this tale thanks for wasting our time with that search in the mountains my pleasure have you taken out gilland i don't have to answer that then let's change the subject step aside so we can pass i don't think so we will destroy the lance with it gone ajule's victory is assured why keep us from our task it is the will of his highness this battle is merely a stepping stone toward our true goal but it is an unnecessary step one that could cost your lives who would be left to support the king his highness can look after himself unlike some people you would never fight feebly from the rear and what is that supposed to mean don't play dumb chief ilbert you were meant to lead not hide it was your duty to fight not carry the rear noctagall became a tyrant because of your inaction your only recourse was to stain your hands with his blood word spreads fast that wasn't roland's fault noctagall was responsible for his own actions do not pass the blame individual fault is a petty thing when weighed against the good of a nation what do you mean the people need a leader to guide them otherwise they will go astray rowan is fully capable of handling that it is not that simple i am just a military strategist i'm unworthy of the throne but our king is and he has seen the party must take to lead the people the lance lies on that path we will take it and added to his power don't make me say it again we won't hand over the lance of kresnik no matter what your reasons are haben die doch nein nein die schon wieder so fast kein schwein versteht was ich sage nein warum kein schwein versteht was ich sage mein gott mein gott habe ich mir gedacht die zu stören und auf wen gehe ich jetzt als erstes man hier auf acht man agg aber schon schlimm genug jetzt kommen direkt die irgendwas kaputt machen hier werde kann sich auch nein wir haben sich wirklich verbunden ich kann ja einfach nur ein metzeln man kann ja eigentlich nur ein fall an was ich zu bieten haben ja super irgendwie schaue ich jetzt aber kommen mal auf damit auch damit ja bitte auch damit das ist nicht schön hier nein sagt jetzt nicht die können auch alle mystik arzt einsetzen versteht was ich sage aber okay muss schon wieder eine trainings einheit hier ein baller oder was ich habe letztes er hat eine machte vorhanden oder mindestens einen will ich mal in diesem parker liegen warum müssen wir ausgerechnet gegen die nein nein geh weg ich kann man nicht dazu irgendwie anzugreifen ob gehst du weg lässt du mich in rufe nein die auch noch super ich komme irgendwie zu gar nichts hier meinetwegen so lass mich mal aufladen ein zwei drei seite dran aber sag mal geht es noch erwartet erst mal den er ist einfach von lust du kommst jetzt weiß aus aber ich muss verlegen kann man sich doch mal jemand hier um den er hier geblieben da warte ein fressen nein sagt ich kriege ich noch jemilos stolz soll dies erleben er doch nicht dauer wie du bist ja immer noch nicht tot deine möchte ich gar nicht jetzt sehen verdammter dreck ich muss aber sagen dass die kohle aus nein hast du gerade irgendwann aus seinen jack gewohnt wenn du jetzt irgendwie im trank des lebens oder so einsetzen nein was macht er damit gott alter ich habe auch ein hammer nicht genug mein gott kein versteht man sagt das schaffen wir noch ja ich glaube das war aber erst mal genug action für diesen bad ich würde sagen den kampf schließen wir hoffentlich im nächsten part ab ich bedanke mich fürs zuschauen und sage